Wir sind jetzt angekommen am Tenderingsee und wäre das Wetter heute ein bisschen gnädiger, könnte ich hier sogar schwimmen, denn es gibt hier ein Strandbad. Ein Teil des Sees ist heute Naturschutzgebiet, in einem anderen Teil wird heute noch Kies abgebaut. Der Tenderingsee dient vor allem den Einwohnern von Dienstlaken, Hünxe und Förde als Naherholungsgebiet. Doch auch von weiter weg kommen an heißen Tagen die Menschen, um hier schwimmen zu gehen oder einfach um die Sonne zu genießen. Möglich macht es ein Strandbad mit klarem weißen Sand. Wer lieber spazieren gehen möchte, findet rund um den See ein tolles Waldgebiet mit Wanderwegen. Und wer Wassersport erleben möchte, der TV Bruckhausen bietet auch Surf- und Tauchkurse an. Die Badeaufsicht des Vereins ist übrigens immer vor Ort, sodass auch Kinder hier sicher schwimmen gehen können. Zusätzlich zum Baden und Sonnen gibt es ausreichend Platz für Volleyball oder ein kleines Fußballmatch im Sand. Das war ein fantastischer Clip aus Pförde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut doch mal unter dem Pfennig. Lasst uns einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Los!